Was ist das große Mysterium, über das du dich reden kannst? Also den einzigen Frederik, den ich kenne, der ist vor zwölf Jahren gestorben. Der Typ ist weg. Warum taucht hier ein Engel mitten in der Nacht auf? Bei einem Problem, der muss gerettet werden. Geboren, gestorben und jetzt geht's weiter. Du verkaufst Häuser mit Menschen drin! Das war unser Haus. Das war unser Haus! Dass du mir zuhörst, weil das habe ich hier draußen. Die Dark Side of the Moon nehme ich nicht. Ich will allein sein. Wenn du das Gefühl hast, alle um dir fangen das Spinnen an, du wünschst dir irgendwie so eine große Sinnflut, die alles wieder sauber macht. Und dann irgendwann checkst du, was eigentlich dein Problem ist. Dass du da bist, der sich mal Gedanken machen müsste. Im Wind ist es, als wäre jedes Haus ein Instrument. Und so eine Stadt ist ein ganzes Orchester. Das war alles vor allem. Ich würde niemals schon sagen. Bis zum nächsten Mal. Der Fall war so. Die Schleischung. Der Fall war so. Ich habe gesagt, dass du dasел. Vielen Dank.